So, das sind wir wieder bei Super Marisa, äh halt, New Super Marisa Land. Jawoll, und machen gleich mit Stage 5 weiter. Ui, solche Welten habe ich immer gehasst, hier so mit Ablauf, das heißt, wir können nicht zurück und es läuft und es läuft. Aber weil wir jetzt noch in der ersten Welt sind, dann dürfte das jetzt nicht so schwer sein und ich hoffe auch, dass ich mich nicht zu dumm anstelle, dass ich hier nicht runterfallen werde. Weil wie ich mich kenne, werde ich wahrscheinlich doch runterfallen. Ah ja, ich werde übrigens hier das ganze Let's Play mit einem Controller aufnehmen. Und ja, das macht halt fun. Ah ja, genau, die rosa Dinger kann man wie so eine Koopa benutzen, ist mir gerade so aufgefallen. Das ist ja geil. Bäm! Ich hoffe, mit meinem Sound stimmt auch alles, weil ich habe vor dieser Aufnahme Sims gemacht und da muss ich gleich von vornherein sagen, weil ich mich jetzt mit dieser neuen Aufnahmetechnik, in Anführungsstrichen sage, mich nicht selber hören kann, höre ich auch nicht, wenn mein Mikro so komisch anfängt, so blechern sich anzuhören. Und ich hoffe, dass dieses halt nicht passiert. Ich kann es jetzt nicht versprechen, ich weiß jetzt auch nicht, woran das liegen mag, aber ich mache mich auf alle Fälle schlau, weil es hört sich kräftig an, wenn das jetzt so blechern klingt. Das weiß ich auf alle Fälle. Und dann ist hier schon Feierabend. Und dann guck mal, was als nächstes folgen mag. Bäm! Und wieder mal ein Level geschafft. Yes, we can. Stage clear. So, hier haben wir ein Haus mit einer Sprechblase und einem Vibe. Da bin ich mal gespannt. Und es scheint sowas wie ein Dungeon zu sein. Das ist ja mal nice, ey. So. So. Oh, scheiße, ey. Ah, wir haben natürlich auch Hüpf. Ähm. Kein Pilz oder irgendwas anderes dabei. Vielleicht hätte ich mir auch noch mein Leben vorher kaufen sollen. Ah, naja. Sterne sind immer gut. Und ich hoffe, ich werde jetzt nicht verrecken oder irgendwas anderes. Du müsstest anstellen. Und das hier ordentlich machen. So, da haben wir doch glatt einen Pilz. Ui! So, leider kann ich das Vieh jetzt nicht abknallen. Das heißt, wir müssen ganz geschickt drüber springen. Weil ich traue dem Bellen nicht. Die sehen so böse aus. So. Ah, ja, okay. Ich glaube, sowas hier kennen wir aus jedem Mario-Spiel. Das ist einfach nur... Das ist einfach... Basht einfach. So. Ich will weiter. Ich habe doch keine Zeit. Ich habe doch keine Zeit, Leute. So. Bam. Hüpf, 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 hüpf. Na, komm. Oh, Mann, ist das steinschwer. Oh, Leute, Leute. Na? Hehehe. Ach, verflucht. Schaut euch das an. Die trägt einen Pilz. Das ist ja mal geil. Hüpf. Und dann haben wir einen Pilz. Geil. So. Und dann gucken wir mal. Oh, oh. Und dann haben wir auch unseren ersten Gegner. Und die schmeißt mit Puppen. Einfach mal draufhüpfen. Und ja, das ist genauso wie bei Mario. Draufhüpfen auf dem Koppe. Nur mal gucken, wie oft wir draufhüpfen müssen. Und dreimal. Okay. Das ging ja relativ schnell. Und ja, haben wir jetzt unseren ersten Dungeon-Clear. Yes. So, weiter geht's. Jetzt sind wir... Gucken. Äh. Okay. Hat es eben kurz gehangen. In der zweiten Welt. In der ersten Stage. Und dann gucken wir jetzt mal gleich hier rein. Oh. Guckt euch das an. Wisst ihr, was das ist? Das ist Bambus, ja? Und... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die hüpfen. Äh. Ja, zu den Bambus, ja. Ich mag Bambus, weil, wisst ihr, ich war nämlich lange im Ausland. Und... Bambus heißt im Englischen Bambu. Und das sage ich einfach nur gerne. Guckt euch das Bambu an. Ah, eine Möhre. Ah, das ist ein Bambus. Das ist ein Bambus. So. Das können wir jetzt erst mal... Ah, ja, das ist ein Bambus. Ja. Okay, dann sind wir ein bisschen... Ähm. Das sieht aus wie eine Pipe. Es ist aber nicht okay. So. Doch, das klappt ganz ordentlich. So, ist das eine Pipe? Nein, ist es nicht. Äh. Also, ich muss mich jetzt auch erst mal hier dran gewöhnen. Ist klar. So. Ah, ja. Hui. Wir können jetzt fliegen, Leute. Ist das nicht geil? Mal gucken, was wir noch für geile Sachen dazu bekommen. Bin ich definitiv gespannt. Bei Mario hatte man ja diesen Waschbären oder so einen Cape, wenn man fliegen kann. Und jetzt sind wir ein Hoppelhase. Hüpf. Ui. Oh, 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 oh. Guck, da ist was. Ähm, naja, egal. Jetzt gucken wir uns mal einen anderen an. Weil hier geht's auch weiter. Vielleicht gibt's ja hier auch in diesem Spiel solche, äh, geheimen Ausgänge. So, so Secret Escapes. Genauso wie, ähm, bei Mario halt. Und mal gucken, wenn es das geben sollte, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht ist es auch nur ein Bonus, wo ein paar Sterne drin sind. Und auf alle Fälle gucken wir erst mal weiter. So. Jetzt sind wir ja in der zweiten Stage, in der zweiten Welt. Und hier haben wir Wasser. Können wir überhaupt schwimmen? Ich glaube, ich will es erst mal nicht ausprobieren. Bis zu der Stelle, bis es nicht mehr vermeidbar ist, dass wir ins Wasser müssen. Weil, noch traue ich den Frieden nicht. Weil nicht in jedem Spiel kann man schwimmen. Ja, so sieht's aus. Wir hüpfen wieder als Bunny durch die Gegend. So, gucken wir mal. So. Hier oben geht's lang. Ah ja, okay. Hier haben wir eine Pipe. Und, okay, wir können schwimmen. Das heißt, wir können schwimmen. Oh mein Gott, sie können im Wasser auch springen. Nee, schwimm schneller. Komm schon. So. Und weiter. Oh mein Gott. Schaut euch das an. Ein böses Bunny mit einem spitzen Bambus, ey. Geht ja mal gar nicht. Kommen wir da hoch? Können wir da drüber? Schaffen wir das? Oh, Schaka, ey. Geil. Einfach nur geil. Geil. So, und da sind wir auch wieder am Ziel. Und haben Stage 2 in der zweiten Welt. Clear. Yes. We can. Und da ist nochmal bestimmt, äh, noch eine Welt. Ähm. Hallo? Was sei denn das? Ähm. Okay, das heißt, es muss solche Secret Escapes geben, weil wir haben ja eben die Level durchlaufen. Ja, die Frage ist nur, wo in diesem verdammten Kacklevel soll es das geben? Oh mein Gott. Kommen wir mal hier. Ah ja. Ist das schon mal gut aus? Nein, ist es aber nicht Oh mein Gott Es kam ins Wasser gehüpft Das ist aber mies So Na, na, na Ah, verflucht So, gucken wir mal hier Okay Bloß nicht da oben rankommen, ey, Leute Jetzt bin ich weg So Haben wir noch eine Möhre Das ist aber sehr schön Ey, die kleinen Hasen hier, die Scheinen mir sehr fies zu sein Können wir hier rein? Nein Oh Okay, hier ist auch nichts Aber wir sind eigentlich jetzt fast am Schluss Das heißt, ich muss dran vorbei gewesen sein Das heißt, ich muss wahrscheinlich gleich wieder zurücklaufen, oder? Ah ja, okay Oh, das ist ja auch echt mies, ja Ah ja, okay Das heißt, die normalen Sagen wir mal Enden Endenings sind rot Und die Secrets, die sind blau Das heißt, wir haben wieder was dazugelernt Jawohl Und ich hoffe immer noch, dass alles mit den Tonen in Ordnung ist Und falls wirklich das Scheiße gerade ist Dann tut es mir wirklich wahnsinnig leid Und wir machen an dieser Stelle auch wieder einen Cod So sieht's aus Also bis zum Ende dann Ich hoffe, das Spiel gefällt euch einigermaßen Und ich hoffe, das ist ja auch einigermaßen Und ich hoffe, das ist ja auch einigermaßen